Hallo, StakeDetect. Manipulation von StakeHeight und so weiter können zum Beispiel mit StakeDetect erkannt werden. Ein GUI steht mit XStake zur Verfügung. Die Verschlüsselung der Nutzdaten kann mit StakeBreak angegriffen werden. Der Name StakeDetect ist eine Kurzform von Steganographieerkennung. Das Programm ist nicht nur für den Nachweis der Nutzung von StakeHeight geeignet, sondern erkennt anhand statistischer Analysen auch andere Tools. Auch StakeDetect ist ein Tool für die Kommandozeile. Neben der zu untersuchenden Datei kann mit einem Parameter "-s", die Sensitivität eingestellt werden. Standardmäßig arbeitet StakeDetect mit einer Empfindlichkeit von 1.0 ziemlich oberflächlich. Sinnvolle Werte liegen bei 2.0 bis 5.0. Man gibt hier ein StakeDetect minus S, 3.0 mal und dann das Bild, das schon mit StakeHeight bearbeitet wurde. Und zwar a.jpg. a.jpg. Im Beispiel wird eine stenografische Manipulation erkannt und vermutet, dass diese mit dem Tool JpHeight eingebracht wurde, was nicht ganz richtig ist, da StakeHeight verwendet wurde. Ciao und viel Glück! Ciao und viel Glück! Ciao und viel Glück!